Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlok 190 am Mittwoch, den 7. Juni 2023. Es ist 23 Uhr und wir haben noch 12 Grad Außentemperatur. Ich stehe immer noch am Deich in Nordfriesland natürlich und hatte heute einen intensiven Arbeitstag, habe viel an verschiedensten Website-Projekten gearbeitet, um da voranzukommen. Ja, deshalb gibt es gar nicht so viel zu erzählen heute. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen genetflixt und werde jetzt aber auch gleich zu Bett gehen, damit ich morgen wieder fit bin. Und wollte euch zumindest noch kurz zusammengefasst haben, was ich heute eben gemacht habe und mich einmal gemeldet haben. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich was Neues hier bei mir. Deshalb heute mal ganz kurz und schmerzlos und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei.